halt jetzt muss ich wieder in game und 1 jungen begrenzt viele level habe so da war geht schon alles was ich brauch da war auf jeden fall was definitiv voll und atmung voll das geht noch das war da drauf schon okay so da war einzig und allein schutz 5 schutz 4 meine ich so zwar dann nichts da war nur Feuerschutz drauf ach ich krieg ja doch nichts verlust und wo ist meine eine Stiefel die zu laut gehen mal weg das möchte ich gerade nicht hören Stiefel das ist mir auch noch neue Stiefel meine Anläsungen haben die hier das liegen die wahrscheinlich irgendwo im Lagerhaus rum und sind da ganz alleine und sind traurig so dann gehen wir wieder zurück zurück in den game mode 1 und machen so sind wieder voll ausgerüstet bereit für den kampf ja ja gleich in die dingshölle gehen ich meine an und für sich doch ein paar sachen würde ich schon gern kurz in sicherheit bringen ich habe hier unten ja noch die kiste das ist alles ja kein problem okay gut wer wer du du böses wolflein du 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 nein nein wer schießt mich hier ab wer will hier im bogenbettel wer willst du bogenbettel hier bogenbettel vorbei ja verdammt ich muss länger laden und bam nämlich sonst noch jemand nerven nein gut okay also da dass ich hier da lasse ich hier dass das die fackelt in der hölle unnötig es nimmt man nicht alles mit das kommt da 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 wenn ich brauche ja wirklich gar nichts also dass obwohl die zwei sachen nehme ich mal lieber zur sicherheit mit aber ansonsten ist der rest wirklich eigentlich yolo und ich will es lieber nicht zu viel mit nehmen aber von wir irgendwie sterben oder so west kacke weil müssen ja auch in die festung und alles bei der weiß gibt es auch eine komplett neue hölle was wurde entstehen das wird entstehen sind es frage ich habe nämlich die die update nicht durchgelesen was ist das netter quarts das kann man damit machen ich habe doch keine ahnung ja wollte ich gerade auch sagen schweinis ja dann würde ich sagen machen wir uns immer ein waypoint hin ein waypoint mit x nein mit n nein mit m nein mit c ich hab's mit c das ok dann können wir mal ausmachen anscheinend erstaunt nützen ist da eins oder ist da war da mein altes durch nummer getestet habe da möchte ich jetzt ganz los hunde pflegen weiß es hat nichts das gameplay zu tun hat hier unten es gibt nähte ratten hier ist ganz klar kein tor ganz eindeutig da fällt mir gerade ein so wo ist das alte tor ich habe eigentlich auch mein zuhause markiert ich hoffe dass ich jetzt nicht irgendwo woanders hinfliegt wenn ich wieder und den kann ich ja dann warum sind eigentlich immer alle menschen so penetrant zu mir was habe ich jetzt dir getan hey warum musst du mich schlagen hey danke für den redstone du baum gesicht so jetzt wird nochmal waypoints remove 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 back ist das jetzt richtige ja wo ich sagen geben meine festung suchen lalalala lalalala so eine krasse hölle habe ich auch noch nie gesehen alpha sieht halt ne weil ihr seid hierbei ist sie zum bau bau was man das nicht was machen kann weiß ich bei der wei auch noch nicht ich werde mich dann nächstes mal einlesen aber wichtig jetzt schon so penetrieren und scheiße finde obwohl ich dich noch nicht genau kennen nee ich will gar nicht wissen was du kannst es ist sowieso nur peter nervig was anderes können die gar nicht aus dem peter nervig zu sein ein höllen skorpion und eine höllen ratte ja ja mal küsse op ist ein bisschen zählt dort aber hier wollen wir nicht weiter bleiben wir suchen nämlich immer noch eine festung hallo du süßes hatte hier lassen mich in ruhe was ist denn hier noch lava und lava und ich habe hunger und ich habe feuer kämpft man man hat ja immer mal feuer in seinem inventar ist ja total normal der prinz dann halt das dann wäre mein gott dem will ich angreifen ich will wissen wie stark der ist ich stehe aggressiv das ist nicht mal krass ich nehme alles zurück wie stark ist schon der gott was zeiten ja ich alles verloser haltet ihr könnt ja gar nix schon das neuer ja ja ich weiß es bist du aber du siehst anders aus als dahinten ist das vermogen wir haben wir haben wir haben magma cream ok doch der gleiche das sagen wie größer und anders aus keine ahnung habe ich will jetzt auch nicht alles töten ich will eigentlich einzig und allein eine festung finden wenn es zu lange da wo ich da auch zur not rumfliegen du willst mich doch da runter schubsen ich sehe das doch in deinen augen ich kann das doch riechen das sind so viele leistige kleine magma schleim bums ding ist mag so ich mal hier runde zu bauen ist es mit diesem spitzer geschwere als mit einem anderen ich habe zwar federfall drauf aber ok cool hier geht es rein guten doch was geht hier ab ok komme ich jetzt hier vielleicht runter ich könnte ja auch den lavawasserfall runter schwimmen wisst ihr was jolo ah oh gott hat das weh oh mein gott ein ganzes herz zurück werde ich beide auf jeden fall fliegen nein ich habe gerade gedacht ich falle immer tief in die lava aber es wäre doch sowieso jolo ihr habt ja gesehen wie gut ich in meinem jacuzzi zuhause schwimmen kann dann du auch also ganz ehrlich mit more creatures würde ich ohne federfall und feuerschutz wirklich nicht in die hölle gehen weil die ratten die schubsen dich ja nur noch in die lava ich würde jetzt über themen reden aber das machen wir mal anders ich freue mich heute ein bisschen über themen reden aber in der hölle finde ich passt es nicht so ich will ne festung alles ist möglich wenn du willst jetzt habe ich ein owo weil das irgendwie auf den beat passt was ich gerade gesungen habe was ihr aber nicht kennt weil es ein besser bist und wenn ihr mehr schaps kennt dann kennt ihr es trotzdem nicht weil baum schleichen schleichen langsam halt vorste wind ok nochmals kopf jönchen du aua das hat mich da geschlagen achtest du ich beobachte dich aber ganz ehrlich siehst teilweise so komisch aus als könnte hier gar keine gar keine festung entstehen weil irgendwie alles aufeinander gequetscht ist aber jetzt irgendwie ist er den eindruck was sind hat hart auf feier das brennt das herz tut weh mein nein ich wollte gerade etwas verbotenes für einen gamer tun aber ich darf das nicht hey du was geht ab wie der mir einfach mal eiskalt voll ins inventar gibt oh gast die habe ich heute noch gar nicht gesehen na du auch wieder aggressiv ja geil du ich merke schon es ist wieder mal ein bisschen aggressiv ist doch nett so wir bauen uns drüber ich wollte es erst durchschwingen habe ich gedacht ne das ist schon ein bisschen zu jolo dann mach ich jetzt so plopp 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 und drüben festung wo bist du wo ein pferdchen komm her pferdchen es ist weg alt es sind hier viele zombies äh zombies äh schweine dings menschen was ist das da ne das ist irgendwie ein komisch aussehender runder ball aus nähter steinen der irgendwie komisch aussieht belast prezent coole beschreibung oder Was ist das da? Ist das Schatten, oder? Fehlt da ein Stück Lava. Schatten. Wo gehe ich nur hin? Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Hölle ist viel zu groß für mich. Ich werde mich da in Zukunft an meinem Tod auch nicht zurechtfinden. Ich werde den Teufel bestimmt da und fragen müssen, wo es denn zum Einkaufszentrum geht. Und der wird mich wahrscheinlich irgendwann genervt in den Himmel schicken. Ich greife dich nicht an, wegen, wenn ich den Pikmin... Wenn ich die... Alter, sag mal, was läuft mir? Ich gehe doch mal weg. Ich will hier nur eine... Ist das eine Festung? Yay! Ach, stimmt. Ja. Die Steine sahen ja da früher noch besser aus. Ich habe vergessen, dass sie das Hechtstabling nochmal bearbeitet hat. Nun, ja. Sag mal, was ist eigentlich hier für eine Rattenplage? Ich glaube, es geht los hier. Also, hier der Radabund hat sich mal wieder viel zu oft gepaart. Also, nee. Viel zu viel und alles. Wir können ja auch gleich ein bisschen Zeug mitnehmen. Also, so Blaze Powder und so was. Vielleicht fühlen wir ja gleich ein paar schwarze Skilette und können dann irgendwann mal den Wither spawnen lassen. Mach, wenn ich das, wenn dann er erst zu Ende des Let's Plays machen will. Und hört auf zu sagen, ich mache GLP. Ach, das mache ich nicht. Doch ein bisschen schon. Ja, ich gucke jetzt an LPs und da... Denkt man hat eher die eine oder andere Idee von dem ist schon... Ey, jetzt hat der mich in die Lava geschubst. Ey. Ich glaube, du willst das. Ich glaube... Oh mein Gott, ich verliere doch ziemlich viel Schaden. Ey. Ich glaube, du willst das. Ich glaube, er tagt jetzt hart der mich da rein. Aua. Das tut wahrscheinlich der Gast. Ich höre ihn, aber ich sehe den nicht. Der ist unsichtbar. So, kann ich mich jetzt hier vielleicht rüber bauen? Meine Güte, ey, die sind immer so penetrant, ey, die ganzen. Ich habe auch hier Schäde in der Hölle. Irgendwie sind die alle schlecht drauf. Ich verstehe gar nicht, warum. Hui, 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 hui. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.